I've got a question, if you'd hear me out, out, in your defense, you've never had a chance. Ja, ich habe gerade keine Facecam. Das liegt darin, dass ich keine Lust habe, gerade eine Facecam zu verwenden und das Video später einfach mit Bildern zusammenschneiden will, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Und ja, ansonsten gibt es jetzt alle Infos, was das für den Nutzer bedeutet, was das für die Musikfirmen bedeutet und selbstverständlich für YouTube und die Geschichte dahinter. Wir fangen mit der Geschichte dahinter an. GEMA und YouTube. Ja, GEMA und YouTube war schon immer ein Thema. GEMA natürlich die deutsche Firma, die Künstler vertritt und zwar ihre Rechte und ja, die hat halt immer gegengeklagt, gegen YouTube, dass die ganzen Videos, die gezeigt werden, die Musikvideos oder die Songs, die in Videos verwendet werden, nicht rechtskräftig da verwendet werden dürfen, da es sich ja hier um eine Copyright-Verletzung handelt. Und da die GEMA die einzelnen Künstler vertritt und den Copyright-Schutz, ob das jetzt gut für die ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, ist das hier ganz klar eine Copyright-Verletzung, wo die GEMA einschreiten muss und die GEMA kann hier ganz klar sagen, auf deutschem Grund, ja, wir wollen nicht, dass YouTube das ausstrahlt und ja, da wurde öfters mal gegengeklagt. So, das hat 2009 angefangen, der ganze Streit und was wir dann gesehen haben ist, dass die GEMA YouTube verklagt hat oder YouTube die GEMA verklagt hat, ein bisschen hin und her, was in einem so entwickelten Land wie Deutschland natürlich sehr traurig ist, dass wir immer noch keinen funktionierenden Copyright-Schutz haben, der sowohl die Nutzer als auch die Künstler unterstützt. Aber das ist ja egal, das ist jetzt ein anderes Thema. In den Klagen kam dann meistens das Argument von YouTube, dass YouTube nur die Plattform dafür, für diese ganzen Videos liefert, die Copyright-Verletzung aber eigentlich durch die Nutzer, die die Videos hochladen, auftritt. Und das ist absolut korrekt in dem Sinne, und zwar sage ich das jetzt einfach mal so, nicht aus persönlicher Entscheidung, sondern das haben die meisten Gerichte entschieden und das waren einige Gerichte, durch die sich YouTube damit GEMA durchgequält hat. Und die Gerichte haben immer gesagt, so ja, ist in Ordnung, die Nutzer, die das hochladen, begehen dabei die Copyright-Verletzung und nicht YouTube. Allerdings muss YouTube trotzdem diese Videos löschen. Nun, löschen ist jetzt so ein Wort, YouTube kann auch genauso gut einfach die Videos sperren für die deutschen Nutzer. Und was wir dann sehen, ist halt ganz klar, dieser wunderschöne Bildschirm, den ihr jetzt sehen könnt, ja, dieses Video ist im Moment nicht verfügbar in jedem Land, weil GEMA und YouTube sich nicht einig sind. Ja, früher ging das sogar so weit, dass da stand, GEMA hat dieses Video gesperrt und GEMA meinte, nein, das ist YouTube, die die Videos sperren. Und deshalb wurde der Screen auch irgendwann mal geändert. Ist unwichtig, jedenfalls war die Forderung von der GEMA, wenn ihr wirklich diese Videos mit der Musik zeigen wollt, egal wo die Musik drin ist, aber wenn ihr Copyright-geschützte, GEMA-geschützte Musik ausstrahlen wollt auf YouTube, müsst ihr uns Geld zahlen. Und ja, da hat YouTube natürlich ganz klar gesagt, beziehungsweise Google hinter YouTube, nein, das machen wir auf gar keinen Fall, sehen wir nicht ein. Ist erstmal in Ordnung, ich meine, gut, ist halt GEMA's Entscheidung, ich meine YouTubes Entscheidung, nicht zu zahlen und das ist auch vollkommen verständlich. Nun, man könnte jetzt meinen, GEMA hat nachgegeben, aber tatsächlich hat YouTube nachgegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso haben YouTube und GEMA sich einigen können? Wie kann das denn auf einmal sein? Ja, das ist ganz einfach. YouTube hat sich dazu entschieden, endlich an die GEMA zu zahlen und zwar die ganzen Copyright-Gelder, die sie halt zahlen müssten. Und zwar war das halt vorher in den Klagen mehr der Millionen, die sie halt nie zahlen mussten, weil die die Streit gewonnen haben vor Gericht. Und mir ist die Summe gerade nicht bekannt, aber ja, YouTube und GEMA haben sich geeinigt, dass YouTube zahlt. Und was es für die Nutzer am Ende heißt, ist, dieser wunderschöne Bildschirm ist jetzt weg. Was natürlich eine wunderschöne Sache ist, denn keine GEMA-geschützte Musik ist mehr geschützt. Nun, für den Nutzer heißt es natürlich, dass man jetzt auch GEMA-Musik hochladen kann. Man darf allerdings nicht vergessen, dass es sich dabei wieder um eine Copyright-Verletzung handelt. Und die Sache bei Copyright-geschützter Musik ist, man hat immer noch nicht das Recht, sie zu benutzen. In Amerika gab es kein GEMA, bei unseren Nachbarn in den Niederländern zum Beispiel, oder in Belgien, da gab es auch kein GEMA. Nur die durften halt trotzdem nicht die Songs verwenden. Ihr dürft das jetzt nicht falsch verstehen. Nur weil GEMA jetzt diese Videos nicht mehr sperrt, heißt das nicht, dass ihr die Rechte habt, auch diese Musik zu verwenden. Die Musik ist weiterhin Copyright-geschützt und falls ihr solche Musik in euren Videos benutzen wollt, braucht ihr natürlich die Rechte vom einzelnen Producer. Oder Artist oder Label, Publisher, wie auch immer, je nachdem, wer das halt, wem das gehört. Kommen wir zum nächsten Thema. Download von Musik. Ja, das ist immer eine genauer Zone gewesen, aber es ist relativ einfach. Und falls ihr dafür den Beweis sehen wollt, unten habe ich von der Kanzlei WBS, das ist die Medienkanzlei Köln, ich kann den ganzen Namen jetzt nicht sagen. Einfach unten auf den Link klicken, falls ihr es nochmal genauer sehen wollt, wirklich von einem Medienanwalt. Aber ja, das ist legal, Musikdownloaden. Und zwar handelt es sich hierbei immer noch um eine private Sicherheitskopie, die jeder zur eigenen Nutzung herstellen darf. Das Gesetz kommt immer noch daher, dass wenn man eine CD zu Hause hat oder eine DVD oder sonstiges, man darf sich davon eine Kopie machen und auf eine weitere CD brennen, zum Beispiel. Einfach nur im Falle, dass die erste CD kaputt geht, zerkratzt wird irgendwas oder Floppy Disc oder ist egal was. Wenn die kaputt gehen, man darf ja von seinen eigenen Daten, die man erworben hat oder selber kreiert hat, darf man eine private Sicherheitskopie erstellen. So auch von solchen Dingen wie die Musik bei YouTube. Das zählt tatsächlich auch als private Sicherheitskopie für den eigenen Gebrauch. Nicht kommerziell, nicht sonstiges. Das heißt, Download von Musik ist immer noch absolut legal auf YouTube. Ja, und das sind im Grunde die neuesten News. YouTube und GEMA einigen sich. Ja, dass wir das nochmal erleben, ist unglaublich. Nur nicht die Frage, warum zahlt YouTube jetzt auf einmal? Ja, das ist ganz einfach und kann sehr schnell beantwortet werden. Wir haben Spotify, wir haben Apple Music, wir haben Soundcloud, wir haben so viele Dienste, die Musik anbieten. Im Jahr 2009, wo der ganze Spaß angefangen hat, da war das alles noch nicht so das große Problem. Nun, was wir jetzt im Moment sehen, ist ganz klar, ja, die ganzen großen Musikdienste über den YouTube und keiner benutzt mehr YouTube fürs Musikhören. In Deutschland war das eh nie der Fall, weil wir alle geblockt wurden und da kann man nur mit Proxys durch. Aber ja, auch jetzt wird in Deutschland wahrscheinlich kaum jemand YouTube verwenden, um Musik zu hören, beziehungsweise eher selten. Auch einfach, weil die Playlist-Funktion und so so morxig ist. Das heißt, nein, YouTube wird nicht die große neue Musikszene oder Musikplattform. Vor allem, weil die meisten Labels und Musicproducer immer noch finden, dass sie viel, viel, viel zu wenig Geld bekommen, wenn sie auf YouTube hochladen. Aber ja, es ist jetzt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben keine Gema-Tafeln mehr und auf jeden Fall als Nutzer profitieren wir zu 100%. Also, nichts zu meckern da. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist besser als vorher und deshalb sollten wir uns zumindest von der Änderung her nicht beschweren. Dass es so lange gedauert hat, dass es immer noch nicht genug ist. Ja, das mag sein. Aber wir sollten schon mal froh sein, dass wir überhaupt irgendwas haben. Gut, ich hoffe, das Video euch hat gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls nicht, dann sagt mir in den Kommentaren, wieso. Ich weiß, ich habe jetzt 7 Minuten 50 geredet über Gema und YouTube, das ist immer viel kürzer fassen können. Aber das ist in Ordnung. Ihr habt ja sonst nichts zu tun, außer meine Videos zu gucken. Oh, naja, war ein Spaß. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Patrick von Preaking. Unten habt ihr Links Twitter, Discord und Patreon. Da könnt ihr mich unterstützen, falls ihr wollt. Ansonsten, tschüss Leute.